Normalerweise halten Klaas Häufer Umlauf und seine Frau Doris Golperschin ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus. In einem Interview mit Gala verrät die Schauspielerin aber nun einige interessante Details und gibt intime Einblicke in ihre Beziehung. Für die Serie Check, Check standen Klaas und Doris in den letzten drei Jahren gemeinsam vor der Kamera. Während der Arbeit habe Doris ihren Mann noch besser kennengelernt. Diese ganze Zusammenarbeit war für uns eine völlig neue Geschichte, weil wir natürlich überhaupt nicht abschätzen konnten, wie es für uns ist, zusammen vor der Kamera zu stehen und gemeinsam an etwas zu arbeiten. Eine besondere Herausforderung sei es gewesen, in die Rollen der Serienprotagonisten Sabine und Jan zu schlüpfen, die sich mit ihrer ständigen On-Off-Beziehung stark von uns unterscheiden. Beim Dreh hat Doris Golperschin auch eine Sache an Klaas Häufer Umlauf bemerkt, die sie als bodenlose Frechheit bezeichnet, natürlich scherzhaft. Ich bereite mich gerne akribisch vor, um eine absolute Textsicherheit zu haben. Klaas hingegen sitzt am Vorabend im Hotel und fragt mich, was wir morgen eigentlich drehen, beschreibt Doris die Arbeitseinstellung ihres Mannes. Klaas lerne erst kurz vor Drehbeginn seinen Text und spiele trotzdem richtig gut. Das ist tatsächlich einer der wenigen Punkte, der uns krass unterscheidet, und das wusste ich vor Check Check auch noch nicht von ihm. Auch wenn die zwei Schauspieler nun für drei Staffeln gemeinsam vor der Kamera standen, gibt es nur wenige öffentliche Auftritte von den beiden. Doris fühle sich zwar auf dem roten Teppich wohl, aber grundsätzlich hätten wir weder die Zeit noch die Lust, vier Veranstaltungen die Woche zu besuchen – so sind wir einfach nicht. Das Paar genießt gerne die traute Zweisamkeit abseits der Kameras. Ich habe definitiv eine ausgeprägte romantische Seite, die allerdings privat ist und auch bleiben soll, verrät Doris gegenüber Gala. Klaas und Doris sind definitiv eines der Traumpaare unter den deutschen Promis. Dann findet ihr mal im Torz. und gucken Sie sich repet. Wie ihr sätt.